Sofortige Ausgabensperre. Ampel legt das Land lahm. Bedeutet dies nun also, dass es keine Umverteilung mehr von deutschen Steuergeldern ins Ausland gibt? Was bitte macht dann Pistolenboris in Kiew? Etwa an der Frontkämpfer? Digga, du weißt doch, dass der da eigentlich nur Kohle will. Und wenn du ihm keine Kohle gibst, dann ist der Herr Schnellenski sehr traurig. Und apropos, diese Ausgabensperre, die geht natürlich nur für deutsche Interessen, natürlich nicht für Afrika, denn da geben wir mal wieder 4 Milliarden hin. Von unserem Steuergeld. Bei den ganzen Skandalen, die der liebe Herr Scholz hat, obwohl er Bundeskanzler ist, könnte er diese 4 Milliarden Euro wahrscheinlich aus diesen Cum-Ex-Affären-Gewinnen bezahlen, aber nein, er nimmt dafür lieber auch unser deutsches Steuergeld. Ist doch klar, oder? Und nur ein kleiner Reminder, Herr Scholz, in unserem eigenen Land herrscht akuter Wohnungsmangel. Da könnte man einige Wohnungen mitbauen mit diesen 4 Milliarden Euro, aber Afrika, das ist natürlich nötiger, oder? Obwohl, wie viele Menschen nochmal aus Afrika hierher gekommen sind nach Regenburg in Deutschland? Ein kleiner Blick nach Lampedusa genügt und Ja, die kommen alle hierher und nein, das sind keine Fachkräfte. Und ja, die dürfen wir dann auch bezahlen. Mit unserem Steuergeld. Obwohl es eine Ausgabensperre jetzt gibt. Und wie gesagt, die Ausgabensperre, die gilt natürlich nur für deutsche Interessen, denn unter anderem wandern deutsche Unternehmen weiterhin fleißig ins Ausland ab, weil es sich hier nicht mehr lohnt zu produzieren, da die Kosten zu hoch sind, Energiepreise und so, da war doch was. Man hätte mit diesen 4 Milliarden Euro auch Steuersparnisse dem Bürger geben können, aber Afrika hat es nötiger, oder? Und dann hätten wir ja noch zusätzlich Israel. Ich meine, wir unterstützen deren Verteidigung. Schaut euch einfach mal dieses Video an. Sowas unterstützen wir, ja? Wunderbar, oder? Ein Träumchen, wie diese israelischen Soldaten sich freuen, dass Gazastreifen in den Schutt und Asche gelegt wird und zick Zivilisten draufgehen. Aber der solidarische Gutmensch, also der Tagesschau-Miche-Sternchen-Inn aus Deutschland, der glaubt ja weiterhin, dass Krieg Frieden bedeutet und Slaverei Freiheit ist. Der typische Tagesschau-Miche-Sternchen-Inn, der weht die Grünen und hetzt gegen die AfD, weil die ja so rechtsextrem sind, richtig? Dass ein Bundeskanzler Scholz oder eine Ricarda Lang aber sagen, dass alle, die auf Pro-Palästina-Demos mitlaufen, Judenhasser sind. Und das ist dann wieder okay, weil dieser Antisemitismus, der muss ja bekämpft werden, richtig? Und die Meldung, dass es zigtausend Menschen aus dem Gazastreifen nach Deutschland kommen könnten, oh mein Gott, die lässt Tagesschau-Miche-Sternchen-Innen aber richtig empören. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Menschen wollen wir hier nicht, oder? Sie sind nur solidarisch, wenn es darum geht, dass man deren Land zerstört. Aber wir wollen diese Menschen doch nicht aufnehmen. Denn, hallo? Das ist ja sowas von unsolidarisch, diese Antisemite nach Deutschland zu lassen. So meine Freunde, Satire auf und es ist traurig genug, dass die da oben immer ihre Doppelmoral offenbaren. Dass ihr da mitmacht, ist umso schlimmer. Denkt drüber nach. Doppelmoral